Was geht ab? Es ist endlich soweit. Ich habe mein erstes Instrumental-Album rausgebracht. PPM Beats. Das Album heißt The Beginning. Könnt ihr überall streamen, wo man Musik streamen kann. Meine Freunde, hört rein, supportet mich ein bisschen. Ich blende den Link hier oben mal ein, dann könnt ihr da gerne mal folgen. PPM und 11 Beats. Was geht ab, meine Freunde? Willkommen zu einer neuen Folge von P-Reaction. Ich hoffe, euch geht es gut. Mir geht es wie immer bestens und wie immer ohne langes Rumgerede liegen wir direkt los. Aber ganz kurz vorher abonniert nochmal den Channel, meine Freunde. Aktiviert die Glocke, damit ihr keine Reaction mehr verpasst. Support muss sein, sehr nice. Sehr nice. Und jetzt geht es auch direkt los. Jetzt geht es los mit Maxwell featuring Alex. Der Song heißt Kein Plan. Der Beat ist von... Gucken wir mal, gucken wir mal. Produced bei Neil und Alex und Devo. Mix und Master bei Lex Barky. Kann nur cooler Sound sein, wie immer von Lex Barky. Video bei Aha Mo. Oh, haben die Jungs einen neuen Videoproducer da mit am Start, den sie jetzt mit hochziehen. Production bei Katsador. Was? Wie? Eldor. Also Hadi, Hadi. Ah, okay, alles klar. Jetzt gecheckt. Nice. Legen wir einfach los und lassen wir uns überraschen, was die Jungs abliefern, meine Freunde. Beat schon, fängt schon mal nice an. Gesetz der Gewalt. Dreckig und kalt. Besser Lauf. Messer raus. Direkt in den Hals. Packt das Fleisch auf den Grillknitte. Flex. Das mit diesem Smiley, was er darauf malt. Oder dieses Gesicht. Das haben die geil gemacht in diesem Blau. Fleisch auf den Grillknitte. Flex zu nem Ballrapper. Ein, was ich will. Jeder 16er knallt. Nigga, Maxwell ist high. Der Mercedes liegt so tief. 187 ist die Gang. Kein Verräter in meinem Team. Reden nicht mit der Police. Wir sind Täter intensiv. So viel Bubble, Buds und Reed. Mann, ich lieb im Paradies. Geil, Alter. Hey, Maxwell. Überkrass, wie er hier mit drauf geht. Stabil auf dem Beat. Gute Laune, Ding, Alter. Gleich geil. Geiler Sound. Die Sorgen auf jeden Fall mit ihren Songs für gute Laune, Alter. Da können die Hater sagen, was die wollen. Die Beats passen. Sie gehen immer nach vorne. Immer Stimmung. Rap-Part-Künstler, Alter, haben sich gesteigert von in den letzten Jahren zu heute enorm. Maxwell, sowie Alex, Bones, Jesus, Saphir. Also alle haben sich wirklich gesteigert. Mein Favorit momentan ist eh Alex, Alter. Alex. Was ist denn da los? Woher der Band? Kein Plan. Wie viel Cash? Kein Plan. Oh, der Bühne schreit. Dress ist doch so fest. Mein Name, meine Uhr. Kein Plan. Und die Kette? Kein Plan. Aber dafür weiß ich, wie ich dir die Fresse einschläge. Kein Plan. Kein Plan. Kein Plan. Komm ich steig aus Türkei. Oder komm sie aus Türkei. Hook ballert, Alter. Ich habe kein Plan. Kein Plan. Kein Plan. Steig in die Bühne. Für ordentlich Mädels im Video ist wie immer gesorgt bei 187. Damit haben die Jungs deren kleinste Sorge. Kein Plan, wer du bist. Sag kein Namen vor Gericht. Kleine Glock 42, wenn ich fahr unterm Sitz. Bis zum Tag des Gerichts. Mach ich Bargeld mit Gift. Ey, die ganzen Schlappen wackeln mit dem Arsch zu dem Shit. Den KMG Nick. Es gibt gar nichts auf Chris. Die komplette Straße. Ah, man Alex. Wieder mega krassen Vibe, Alter. Bei Maxwell muss man auch sagen, ganz, ganz krasse Steigerung von Maxwell in den letzten Jahren. Bis heute Rap-Technisch sehr krass. Klingt wieder nach Gras, wenn ich kiff. Alex, wie viel ist dein Outfit wert? Kein Plan, aber sicher ein paar Tausender. Nur ein Hausarm mehr. Ey, ich brauch nicht mehr. Eure ganzen deutschen Rapper klingen so ausgezerrt. Ihr verkauft nichts mehr. Taugt nichts mehr. Alle... Was soll ich sagen? Jetzt schon abgeliefert. Das Song ist nur die Hälfte rum, Alter. Video, die Qualität könnte ein bisschen besser sein vom Video, sei ich ganz ehrlich. Aber das machen die ja immer so extra, denke ich mal. Das ist das Einzige. Ich stehe auf diese hochqualitativen Videos von der Optik her so. Aber scheiß drauf. Ich gucke das Video ein, zwei Mal und danach höre ich eh die Songs über Spotify. Geile Hook, Alter. Wirklich geht nach vorne. Gute Laune und deswegen, meine Freunde, abonniert doch mal den Channel und aktiviert die Glocke, damit ihr keine verdammte Reaction mehr verpasst. Kein Plan. Hatte ich dir gerade eine Dose am Arsch zu klemmen, Alter? Hahaha, das Digga hat... Alter, die Jungs sind so cool, die zwei zusammen, Alex und Maxwell. Das wird nochmal Zeit für den nächsten Teil von Obststand, oder? Das wäre Obststand 3, ne? Soweit ich jetzt weiß, wenn ich was Falsches sage. Korrigiert mich doch mal in den Kommis, meine Freunde. Hättet ihr Bock auf Obststand, den nächsten Teil von Maxwell und Alex? Ich hatte auf jeden Fall Bock, weil die haben sich so gesteigert, Alter. Kein Plan. Wie viel Cash? Kein Plan. Vor der Binge schreien 30.000 Fans. Mein Name, meine Uhr. Kein Plan. Und die Kette? Kein Plan. Aber dafür weiß ich, wie ich dir die Fresse einschläge. Kein Plan. Kein Plan. Komm die Sneakers aus Türkei oder komm sie aus Teinwan? Nigger, ich habe kein Plan. Komm die Sneakers aus Türkei oder aus Teinwan? Ich habe keinen Plan. Geile, geile Hook. Kein Plan. Steig in die Bahn. Also nochmal schöne Grüße. Geht raus an. Wie war das hier? Devo, Alex und Neil. Krasser Beat, Jungs. Geil. Gute Laune. 100 Pro. Sehr geil. Meine Freunde, bald ist es soweit. 27.05. Safir organisiert. Maxwell mit keinem Plan. Und Alex mit Wasabi. Ganz ehrlich, ich freue mich auf alle drei. Am allermeisten sogar auf Alex. Feier ich den Vibe momentan am meisten. Wobei die anderen auch cool sind. Wir können schlecht machen, wirklich nicht. Ich feiere, die haben einen Vibe. Die bringen das cool rüber. Die bringen es real rüber. Authentisch vor allem. Und das ist das, was ich mal am wichtigsten finde. Geile Mucke und authentisch. Meine Freunde, das war Maxwell featuring Alex mit dem Song Kein Plan. Da wird erstmal direkt ein Like da gelassen. Und wir gehen zu den Kommis. Und weil das Ding so fetzt mit dem Beat, wirklich. Und die Hook auch so ballert, gibt es heute. Fünf Flammen für Maxwell und Alex mit Kein Plan. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Zack. Einmal hier mit euch. Und los geht's. Fünf Flammen sind raus. Schöne Grüße, Maxwell, Alex. Schöne Grüße an die Producer. Video ist auch cool gemacht. Nur wie gesagt, die Qualität ein bisschen cooler sein können. Ansonsten ist das Video auch top geschnitten und top gemacht. Mag ich, mag ich, alter. Auch schöne Grüße an den... Wer hat das Video bei Aha Mo? Aha Mo, nice gemacht, nice gemacht. Sehr nice. Meine Freunde, wie findet ihr den Song? Schreibt es mal einfach unten in die Kommis. Während ihr das macht, könnt ihr ja doch schon mal den Channel abonnieren und die Glocke aktivieren. Denn Support muss sein. Ansonsten habe ich keinen Plan. Voll im Vibe. Hinten nicht mit Police, wir sind Täter intensiv. Aber wie die Flow und Rap-Technik, diese Steigerung bei Maxwell, so wie Alex, ganz, ganz, ganz nach oben gekommen. Aber Rap-Technik hat sich Maxwell und Alex richtig nach oben gesteigert. Sage ich jetzt schon das fünfte Mal, aber es ist halt einfach so. Und das muss man dann auch, da muss man Respekt für zäunen. Weed, man, ich libe im Paradies. Aber alles, was ich brauch, doch von nichts, ne Ahnung, hab mir viel eingebaut, häng bekifft am Bahnhof. Geil, geil. Alex auch. Alex, ganz mies auch drin im Vibe. Aber bei seinen ganzen letzten Songs hat er abgerissen. Den letzten hat er mit Bones gemacht. Bob Marley. Schade, dass es kein Video dazu gab. Feier ich extrem. Neben dem Song hätte ich ein Video zugefeiert, die sehr gerne Reaction zugemacht. Weil der Song ballert. Aber leider ohne Video. Was, wenn ich kiff? Alex, wie viel ist dein Outfit wert? Kein Plan, aber sicher ein paar Tausend, der nur ein Hausarm mehr. Ey, ich brauch nicht mehr. Eure ganzen deutschen Rapper-Klingen so aus, geht's sehr. Dir verkauft nichts mehr. Geil, aber wie gesagt, alle Vibe drin. Krasser Song. 50.000. Müsste jetzt schon viel mehr haben, finde ich, Alter. Weil der Beat ballert, die Parts ballern, die Hook ballert, Alter. Was soll ich sagen, außer der ganze Song ballert. Haben die richtig gut gemacht. Meine Freunde, das war's mit Maxwell und Alex. Kein Plan, der Song. Haben wir geliked. Fünf Flammen haben wir da gelassen, weil der Song einfach ballert und krass ist. Und weil der Song so ballert, meine Freunde, abonniert den Channel und Aktivität. Glocki, ich sag's heute hundertmal in der Reaction. Denn Support ist wichtig. Ich support auch alle. So, meine Freunde, das war's mit der Reaction. Ich hoffe, wir sehen uns bei den nächsten Reaction wieder. Mal gucken, welcher Song das sein wird. Ihr könnt euch nochmal von NG den Song geben. Die Reaction gibt's auch. Ich blende sie mal hier oben ein. Und meine Freunde, vergesst nicht, PPM Beats, mein erstes Instrumental Album ist draußen. The Beginning heißt es, könnt ihr überall streamen, wo man Mucke streamen kann. Supportet mich bei Spotify, Deezer, wo immer ihr mögt. Ich wäre euch sehr dankbar. Sehr nice. Habt ihr am Anfang bestimmt schon gehört, habe ich ja eingeblendet. Ansonsten mache ich hier oben gleich auch nochmal einen kleinen Link rein. Ich bin raus für heute. Bleibt stabil, bleibt gesund, meine Freunde. Wir sehen uns bei der nächsten Reaction wieder. Bis dahin.